Expeed, man. Das G.S. Das G.S. Mit ihm wieder. Ja, warum nimm's nicht? Weil das nicht external ist. Nehm halt als anderen. Ich dachte, da fällt der grad runter. Das ist PvE. Ja. Oh, ich seh das. BG. BG, easy. Ja, 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 ja. Was wollt man noch mal zwischen? Oh, da kannst du mir viel einfacher. Ja? Mit G.S. Ne, das ist... ...weiliges schneller. So, Titan Attack Settler. Ha. Der steht immer noch in unserem Kuchen drin, Mann. H-hm, hm, 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 hm. Ja, ja. Der steht immer noch in unserem Kuchen drinnen, Mann. Ja, grad. Der zieht sich um. Guck. Tja. Ververser, oder? Ich finde da halt schön, im Kuchen zu stehen. Der Kuchen ist auch wundervoll. Ja. Das ist ganz schön, wenn der Kuchen steht. Ich hab' den Mixer gewachsen vorhin. Großer Kuchen. Ich hab' Big Cake auf Epic nicht. Das da? Bling! Ah nee, falsch. Der hier. Guck mal, ich hab' deinen Zwilling gefunden. Ey, hau' meinen... hau' ihn nicht! Nee! Ey! Ich hab' das nicht so oft. Was bringt die Rolle, ähm, die du, äh, Buffboot? Was bringt alles Mögliche? Meinst du? Ähm, Attack Speed, Magic Boost, Fasting Speed und noch irgendwas? Was kostet? Drei Attack. Also, das weiß ich, wieviel das kostet und ich hab' ihm das gegeben. Die haben mit zwei... 200 Might. Oh, ein Dreierteam. King of the Hill. Weil mit... Zwei, neun... äh... Drei? Neun? Das sind die nämlich noch gedroppt bei den Mobs. Ah. Die komischen Penguin-Dinger da. Ich hab' auch noch insgesamt irgendwie... ...drölfzig... ...teile und auch noch teilweise für die Assenburs und... ...undere Haltbücher. Rote Steam Gunner Bade. Mehr sehe ich nicht. Aber egal. Drei ich mir bitte. Anschau'n drauf. Warte, 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 warte. Ah, kacke. Ja. Laufen die weg. Ich lau' wirklich. Ja, ne. Ich würde ihn gerne mal ins Target bekommen, dann würde ich ihn gerne geben. Irgendwie bin ich grad komplett überfordert. Na, ich hab' meinem Target. Mit der Fähre? Ja, 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 ja. Ich hab' auch. Aber ich hab' die ganze Zeit irgendwelchen CC aufgenommen. Gut, wir haben... Ja. Ja, ja. Nicht sterben. Ich sag' nicht das mehr. Das... Musst du... ...dem gerne sagen, na. Nein, jetzt hab' ich dir Manna gegeben. Ich würde Manna haben. Danke. Du baust kein Manna. Doch. Nein, du baust kein Manna. Du bist... Hallo, bist gladi. Ein Pott, Manna voll. Ja. Äh. Bleib drauf hier. Die Aktion war ja schon fast gut, die er gerade gebracht hat. Ja. Äh. Dispill. Kann ich. Nein. Musste selber dispillen. Haha. Ja klar, die will dich auch. Irgendwas ist kaputt mit meinem Ding. Äh. Mit meinem Ding. Äh. Hat mich. WTF ist wieder da? Ja. Mathe ist ein Reindeer. Hm. Genau. Zwei Sekunden anstimmlich. Äh. Halten mit mir. Was hat der denn für Probleme da, Alter? Schieß halt über 3,50 Meter auf mich. Ach Gott. Wer hält denn? Ich glaub... Ja, zezettet mich halt, Mann. Was habt ihr denn für Probleme? Wir halten doch. Ja. Oh Gott. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja, toll. Jetzt müssen wir aber immer noch, äh... 20 Sekunden warten, ne? Ja. Ah, irgendwas stimmt nicht, Mann. Inwiefern? Was leckt. Achso. Yellow Heart. Oh ja. Ist doch gut auch 7. 7-2 und 0 für uns. Ja. Könnten wir ja mal gewinnen, ja. So. Ja, 30 Sekunden noch besser gehen. Hm. Oh Gott. Hier, er nimmt das. Hab ich irgendwas nicht angezogen? Oder... Hab ich... Zu wenige Deckspeed? Oder leck ich einfach nur, wie blöd? Red Heart. Der Gunner in der Mitte. Okay. Der hatte ja lange gehalten. Hm. Nicht wirklich, ne? Ultanki. Gelb kommt. Mhm. Klar. Und rot auch. Beschützt mich! Oh Gott, Mann! Wie... Zwei HP oder was? Oh, still! Oh, verdäck. Verdämmt, 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 verdämmt. Ja. Naja. 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 Wartefakt ist da. Ja, ich hab mich nur heilen können gerade. Aber wir haben lang genug gehalten. So. Jetzt. Plattmachen alles. Naja. 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 Oh, Mann. Ich muss ja mal in den Teil Binding setzen. Und klar kommt. So. Und... Wir haben eh gewonnen. Hat der gerade RGD Dings geschmissen, meine ich? Ja er zieht gerade noch anders. Ach, Junge. Gehen wir nicht auf den Sack. Ja klar, der hat echt keinen No-Fant, Mann. Ja, geht doch alle auf mich. Ist okay. Ende? 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 Nein. Aber Zeit ist auch gelaufen. Na ja, gewinnt. Easy boat. Na ja, ging so. Aber irgendwas funktioniert immer noch nicht bei mir, oder? Die schönste Aktion war sowieso... ...ein Festungs-Ride mit dem Templer, der der Spider noch machen will. Mit 10 TP oder so. Easy. Solo. Der Typ vorhin in dem Event, Mann. Upcoming Solo. Was gerade eben bei dem Event war, ein Templer, der hatte irgendwie noch ein Viertel TP. Und wir rennen auf ihn zu, er tötet mich fast noch und... ...aber so, easy! Ich bin aber richtig geflamed, Mann. Und er, dann geht er mitten in den Zerg rein, nur um mich rauszuficken. Also, mitten in das... ...das war ja FFA, also von daher hat er so einen Zerg eh gewusst. Und dann... ...nur um mich abzufucken. Und da... Schreibt er auch, easy. Und das wird sich? Dance-Time. Hm. Hm. Also, lasst uns dann... ...geheim-geheim-tanz. ...geheim-geheimnis machen. Eins. Zwo. Drei. Für mich ist... Allianz? Das ist doch mal gue cheese. Allianz, Allianz. Eika. Youtube. Aber ja, Allianz, Bug bei mir. Ne doch nicht. Ah ich hab sogar Battleground, kein behindertes Einsamen. Ich hab zwei Teams... ...Ressourcen. Des minist 올�isieren? Drei, ich bin nicht in der Gruppe. Blaue den Schastdruck. Ja mein Gott, wir sind trotzdem, aufzü�er. Wir können auch gleich in Danara ein paar Camps einnehmen. Da steht also 1 zu 0 für uns. Ich lenke immer noch, das ist das gemein. So, so. Wir machen aber alle irgendwie nicht viel Limitschieber. Rap hat einen. War echt zu blöd dafür? Entweder ich bin wirklich gerade wirklich so blöd, dass ich so dumm bin, um zu reefling. Nee, aber... Du last it. Aber warum? Ah, Gott. Wollt ihr mich verarschen? Ja, war klar. Irgendwas stinkt hier. Irgendwas ist faul. Ego. Ah, was? Ich steh vorm Gegner und mach einfach nix, Mann. Wie Null eigentlich, ne? Soll ich mich jetzt hier flamen oder so? Störb. Mann, wir verlieren das hier, weil... die Leute sich hauen anstatt hier zu sammeln, ne? Naja, das ist das übliche halt. Das ist Standard. Mann, wie wir die richtig, also... Die haben gar keine Chance. Die haben... Irgendwie... ... 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